Ja, das sind Chappas Babys. Chapa ist mal gerade außerhalb der Wurfkiste. Und ja, vielleicht machst du die Tür auf, diese. Chapa, komm. Chapa. Und das ist das erste Grunde. Chapa. So. Ja, jetzt bekommst du deine Pündnis wieder, Chapa. 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 Du, du hast es gesagt, Chapa. 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 Alle fünf Babys sind jetzt drei Tage alt und haben alle schon etwa 100 Gramm zugenommen. Die Chapa ist eine sehr, sehr liebe Mutter. Sie kümmert sich rührend um die kleinen Babys. Das ist das erste Beobachtung. Nein, nein, nein. Nein. Golas. Chapa. Golas. Pachinuusad. Chapa, Golas. Golas. Nein, hier gibt es keine Nähe. Chapa, Golas. No. Golas. 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 Auch ein kleiner Junge. Hat noch die Augen zu. Das soll unser Gianni sein. Sveta Wer, Sveta. Dies ist das Erstgeborene. Vielleicht ist das unsere Sveta. Hat Wanya jedenfalls gesagt. Guck mal, Bauchnabel schon verloren. Guck mal, Bauchnabel. Gschap an. Gettet, Gummeln. ak golen 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 Schau mal, Gulas, möchte sie jetzt nicht. Das kleine Baby, unsere Sverta, die Erstgeborene, ist satt, möchte nicht trinken, ist müde. Und die anderen vier Babys, die sind durstig oder hungrig. Schau mal, Gulas, 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 Gulas.